Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom Gutenbecker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K. Die Flanke von Jenoch Teklapp. Knapp 5000 Leute wieder im Stadion heute sahen dieses Spiel. Und früh weiteren Druck von Preußen-Münster. Torben Deters mit der nächsten Chance. Aber Kevin Birk im Kasten souverän. Und dann dieser Freistoß. Aber was viel interessanter ist, als diese Freistoß-Situation ist, was davor geschehen ist. Der Schuss ging nämlich vorbei. Und Bonn war nach dieser Szene nur noch zu zehnt. Grund, sehr hat Semih Güler, der Top-Torjäger mit zwölf Treffern in dieser Saison bei Bonn, sah gelb und direkt nochmal gelb. Meckerte nach einem Foulspiel. Und meckerte immer weiter, sodass Alexander Schuh direkt zweimal gelb zückte. Bonn also in Unterzahl. Und Hemmerich mit dem Kunst-Kopfball. Die Flanke aus dem Halbfeld von Simon Scherder, der übrigens seinen 29. Geburtstag feiern konnte. Als Vorlagengeber auch. Im Übrigen auch Kapitän Julian Schauerte. Heute Geburtstag gehabt. 34 geworden. Und dann sind wir in der zweiten Halbzeit. Von Bonn kam nach dieser Unterzahl-Situation, nach dieser gelb-roten Karte nicht mehr viel. Stattdessen Dominanz von Preußen-Münster. Und eine Chance jagte die nächste. Wieder war es Detas, der hier den Abschluss suchte. Dann sind wir schon in der 73. Spielminute. Nochmal aus der Distanz. Der Schuss war drüber. Ja, und so sickerte dieses Spiel dahin. Von Bonn gab es in diesem gesamten Spiel keinen wirklichen Torschuss. Stattdessen immer weiter Preußen-Münster. Und immer wieder wurde er geprüft. Kevin Birk im Kasten der Bonner hier eben nachfassen. Ja, und Preußen-Münster natürlich in der Situation, in der man gut und gerne mal auf eine Verschönerung des Torverhältnisses gehen konnte. Man drückte hier aufs 3 zu 0. Es sollte aber erst spät folgen. Zwei Minuten Nachspielzeit. Wir sind in der 91. Und der eingewechselte Jan Balke mit dem 3 zu 0. Kevin Birken, Kasten, kann es nicht fassen. Aber der Ball war hinter der Linie. Preußen-Münster gewinnt. Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom Gutenbecker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K. auf einem Kapitän der Schroeggang Wohl besser zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020